Wie geht es mit dem Mais? Wir haben jetzt die letzte Szene, dann verpissen wir uns hier, endlich. Maisdruck, wir haben einfach ein ganzes Album von dir aufgenommen. Zu wild, zu wild, zu wild. Es ist gerade echt eine sehr entspannte Lage hier, Freunde. Wir warten an der Küste und suchen nach deutschen Rappern, die hier Newcomer-mäßig unterwegs sind, damit wir von denen Schutzgeld nehmen können. Leute sagen mir, dass ich eine große Nase habe. Alles im Leben hat Konsequenzen. Die Konsequenzen meines großen Jarros war meine Nase. Alter, ich zeige euch jetzt eine sehr krasse Aussicht. Das Meer ist auch richtig krass, Alter. Holy shit. Ich wollte euch nur was ganz Wichtiges sagen. Neues Video ist gleich online. Horrorgeschichten. Dabei ist diesmal auch Manülsen. Die Leute sind jetzt in Düsseldorf angekommen. Wir haben Autos jetzt gewechselt, vorne zu meinem Auto und dann hätte ich eine Hose. Also, circa eine Stunde, dann kann ich endlich schlafen. Ich bin gefückt, wie Jungfrauen. Nachdem sie gefückt sind.